und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klember steinbaus falls ihr es vielleicht rausschaut ich bin immer noch ein wenig verschnupft aber ich habe post bekommen vom blauen mann geliefert ein großes paket und dieses paket kommt aus einem ganz ganz besonderen hause denn es ist ein paket von let's brick ich habe dort nämlich ein wenig geschoppt mir ein paar gebrauchte sets gekauft und diese sind schon vor ein paar tagen angekommen vielen vielen dank für den schnellen versand übrigens ich konnte sie bisher aber einfach nicht auspacken weil es mir gar nicht danach war und es mir einfach auch gar nicht so gut ging da habe ich aber gedacht wenn wir es jetzt schon anschauen dann machen wir es doch zusammen und ich habe das paket neben mir stehen und zeige euch einfach mal was ich hier geschoppt habe ich würde sagen wir fangen mal ganz ganz langsam an und zwar mit einem dänischen set bei dem ich echt gespannt bin ob das mich irgendwie bekommen wird aber ich stehe an sich auf die mclaren farbgebung ich mag auch an sich die extreme e fahrzeuge ob das lego hier im pullback set mit der 42166 gut umgesetzt hat wir werden es in nächster zeit auf jeden fall zusammen anschauen und ob das qualitativ auch nur annähernd mit dem formel 1 speed champion mclaren mithalten kann und weil wir gerade bei lego und mclaren waren habe ich mir gedacht schauen wir uns doch auch dieses set noch zusammen an speed champions das doppel set 76918 der mclaren solos gt und der mclaren f1 lm ich mag auch die lm serie sehr das habt ihr spätestens bei den prototypen videos gesehen und deshalb bin ich auch hier sehr gespannt ob diese mit dem formel 1 wagen mithalten können und ein kleines set des hauses gab es auch noch und da haben sie direkt an mich gedacht und da bin ich auch sehr glücklich drüber denn dieses set wollte ich sowieso haben und zwar von lego mal wieder die 40639 das kleine vogelnest passt natürlich wie die faust aufs auge und auf dieses set freue ich mich irgendwo besonders weiter geht es dann aber mit etwas alternativen auch größenmäßig alternativ denn wir haben hier von belledy aus mini steinen die 210 5583 teile so ein kleiner bilderrahm finde ich natürlich super knuffig und ist eine sehr schöne idee auch auf dieses kleine set freue ich mich sehr und am ende angekommen sind wir natürlich noch lange nicht denn es geht weiter mit einem kleinen alternativen set dieses mal einem Technik-Set, aber in der kompatiblen Größe und zwar von Winner, die 1-1-2-1. Das Strike mit Winner hatte ich bisher sehr viel Spaß. Hier wieder ein Pullback drin, also auf jeden Fall Spielpotenzial da. Ob ich mit diesem Set auch Spaß haben werde? Wir finden es natürlich auch zusammen raus. Und wenn ich schon die ganze Zeit sage, wir finden es zusammen raus, dann guckt doch gerne einfach mal im Mitgliedsbereich dieses Kanals nach, denn dort gibt es mal wieder eine Umfrage, wo ich ein paar Sätze reinstelle, wo ihr wieder abstimmen könnt, welches Set ihr als nächstes sehen wollt. Und die Auswahl ist natürlich noch größer als das, was ich euch bisher gezeigt habe, denn es geht weiter und ich habe jetzt gleich mal drei Sets auf einmal, weil sie thematisch zueinander passen, mit der Super Heroes Reihe von Dekul. Und zwar haben wir da den Green Giant, Iron Hero und Bad Hero. Wir wissen glaube ich alle, wer damit gemeint ist. Und besonders schön finde ich, diese Sets sind offiziell lizenziert, zwar nur für den asiatischen Markt, aber es handelt sich hier nicht um Raubkopien. Wir haben die Set Nummer 6001, 005 und 004 und diese Actionfiguren werden wir uns auf jeden Fall in einem Video zusammen zu Gemüte führen. Und hier bin ich gespannt, ob diese besser abschneiden als die Pendants vom dänischen Hersteller. Wer hat noch nicht, wer will nochmal, es geht weiter mit Lego. Und zwar haben wir von Lego City die 60283 das kleine Wohnmobil. Ein unscheinbareres Set, was mir aber auf den ersten Blick ziemlich gut gefällt. Auch das werden wir uns hier zusammen anschauen. Und zu den kleinen, etwas unscheinbareren Sets kommt auch dieses Set, was hoffentlich sehr gut zu den Kiddycraft Farm Sets passen wird. Und zwar der Traktor, die 60287. Auch auf diesen bin ich sehr gespannt. Und wir sind immer noch nicht am Ende, denn wir haben auch noch ein Set von Sembo, beziehungsweise besser gesagt sogar zwei Sets von Sembo. Diese passen thematisch sehr gut zusammen. Und wir haben uns den blauen Oldtimer davon auch schon angeschaut. Damit hatte ich sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass ich auch hier mit der 607406357 Teile Spaß haben werde, dem grünen Oldtimer. Und eben auch damit die beide noch einen Freund haben, die 607402 318 Teile, der rote Oldtimer. Und zu guter Letzt haben wir auch noch von Linos mit der Peanuts Lizenz das Jungle Adventure 186 Teile, die LN8029. Sieht auf den ersten Blick nach einem super lustigen kleinen Set aus. Und auch dieses, ihr könnt es ahnen, werdet ihr in Zukunft auf diesem Kanal erwarten können. Und dann ist noch etwas im Paket, was ich auf jeden Fall nicht bestellt habe. Und ich weiß auch noch nicht, was es ist. Ihr werdet das jetzt live mit mir herausfinden. Wir haben diesen Papierknäuel. Da ist aber auf jeden Fall etwas Schweres drin. Schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. Oh, das ist ja mega geil. Oh, das ist ja mega geil. Ich habe hier tatsächlich meine erste Let's Brick-Tasse in der Hand. Das ist ja einfach richtig cool. Der Aufdruck ist der absolute Hammer. Und die ist auch ganz angekommen. Also wow, vielen, vielen Dank. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich freue mich da riesig drüber. Und die wird auf jeden Fall bei mir einen Ehrenplatz bekommen. Das ist heute wirklich wie Weihnachten und Ostern zusammen, dieses Paket auszupacken. Und das war's mit dem Let's Brick-Paket. Ich würde sagen, wir haben doch ein paar schöne Sachen hier gesehen. Und wie gesagt, schaut gern in den Mitgliederbereich und wählt dort aus, was ihr bauen wollt. Vier Sets werden zur Auswahl stehen. Welches Set habt ihr vielleicht selber schon gebaut? Schreibt das in die Kommentare. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Let's Brick. Das ist wirklich super gelaufen. Sehr schneller Versand. Super, super fair. Die Tasse ist mega. Also vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Der Kanal von Let's Brick ist logischerweise unten nochmal verlinkt. Auch wenn ihr natürlich einfach nochmal auf die wunderschöne Tasse gucken könnt. Wenn euch natürlich diese kleine Haul gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. Oh, das ist ja mega geil. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt. Gerade wenn ich morgens aus dem Bett rausfall. Ich konnte sie bisher aber einfach nicht auspacken, weil es mir gar nicht danach war und mir es auch einfach gar nicht danach war. Und wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt den selben Song nochmal. Alles klar, den selben Song und los. Und es mir einfach auch gar nicht so gut ging. Aber ich stehe an sich auf die McLaren Fake-Gebung. Aber ich stehe an sich auf die McLaren Farbgebung. Ich mag auch an sich die weiter geht es dann aber mal mit etwas. Weiter geht es dann aber mit etwas nicht. Weiter geht es dann aber mit etwas nicht. Weiter geht es dann aber mit etwas Alternativen. Sprachenlernen Bubble ... ...